Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. 100 Gramm Nackensteaks 79 Cent 100 Gramm Speerrips mariniert 99 Cent 100 Gramm frische Stielkotteletts 67 Cent Lammhaxe in Rotweinsauce 6,99 Euro 100 Gramm Simmentaler Rinderfilet 5,49 Euro 100 Gramm Kalbsschnitzel oder Kalbsgulasch 1,49 Euro 100 Gramm Hähnchenschenkel 35 Cent 100 Gramm frischer Feuerspieß 1,49 Euro 100 Gramm Lammlachse 3,79 Euro Sterne Kochschinken 1,89 Euro 100 Gramm Gin Schinken 1,79 Euro Original Holsteiner Kartenschinken 2,49 Euro 100 Gramm Schinken Krakauer 1,39 Euro Reinhard Trapez Salami 2,49 Euro Appenzeller Kräftig Würzig 1,99 Euro 100 Gramm Kaltbach Cremig Würzig 2,49 Euro Alter Schwede 1,49 Euro 100 Gramm Old Amsterdam 1,49 Euro Frau Antje Pikantier 89 Cent Lorenz Erdnuss Locken 1,29 Euro Rewe Feine Welt Perlcuscus 1,59 Euro Sonin Prosecco Spumante 6,49 Euro 12 x 1 Liter Coca-Cola Fanta oder Spreit 9,99 Euro 100 Gramm Heimatschwein Rippchen 1,49 Euro 400 Gramm Bio Rinder Hackfleisch 4,89 Euro Campo Frio Chorizo Mild 3,99 Euro 100 Gramm Rostbratwurst 99 Cent Mestemacher Grieg Flatbreads 2,19 Euro 1 Kilogramm Rote Tafeläpfel 1,49 Euro Bio Grapefruit Stück 69 Cent 125 Gramm Himbeeren 1,49 Euro 1500 Gramm Saft Orangen 2,99 Euro Innocent Smoothie 1,49 Euro Miree Französische Kräuter 95 Cent Citerio Prochuto Daipama 2,69 Euro Bombel Butterkäse 1,39 Euro Leerdamer Käsescheiben 1,49 Euro Rewe Beste Wahl Sauerteig Brötchen 1,99 Euro Dr. Oetker Pizza 2,22 Euro 400 Gramm Follofisch Kabeljau Filets 7,99 Euro Froster Schlemmerfilet 2,79 Euro Koppenrath und Wiese Cafeteria Fein und Sahnig Donauwelle 3,49 Euro 400 Gramm Alpro Soja 1,49 Euro Berief Bio Keine Milch oder Bio Barista Hafer 1,49 Euro Zottsahne Joghurt 44 Cent Joghurt Internationales Fertiggericht 3,49 Euro Milram Frühlingsquark 99 Cent Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020